Herzlich Willkommen, Hallihallo. Hier ist wieder Munin und der TZ natürlich mit einem Level, ich glaube, den haben wir beim letzten Mal schon angefangen. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Ist schon eine Weile her. Wir müssen alle Federn einsammeln, so wie immer. Aber ich glaube, wir hatten das Problem hier, wenn wir da an die eine Seite reinspringen, dass wir nicht mehr zur anderen Seite kommen. So, wir fangen einfach mal an und kicken mal. Ach du Scheiße, nein. Achso, ich erinnere mich. Wobei, warte mal, so, so, so. Ne, das muss ja ganz runter. Klong, Klong, Klong. Ups. Ohohoho. Das war knapp. Yeah. So, und das hätten wir schon mal. Und ich glaube, jetzt ging es hier drüben weiter. Tööö. Oh, der fährt nicht höher. Wusch. Ich mach das mal mit der rechten Maustasse. Ist ein bisschen einfacher. So, warte mal. Das war relativ einfach an der Stelle hier. Zack. So, da waren es nur noch sechs. Viel zu viele. So, aber ich glaube, bis da drüben war das auch nicht so schwer. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Level, wo ich die, ähm, die Lösung partout nicht sehe. Pass mal auf. War das so? Aber wie kam ich denn an den ran? Achso, so natürlich. Dazu muss ich aber... Genau. Klong, Klong, Klong. Hier hin, ne? Jo, 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 jo. Schnell, schnell, schnell. Zack. Geschafft. So, den nehmen. Irgendwie hier auf der Kante überleben. Und jetzt den anderen aktivieren. Den anderen aktivieren. Okay. Vorsichtig. Ihr wisst ja, so mit Physik hier ist das nicht so ganz. Klack. So, den hätten wir also auch. So, ähm, ja. Den da unten kriegen wir auch noch. Da mache ich mir auch wenig Sorgen. Ich mache mir halt nur Sorgen. Wie ich an die da links und rechts rankomme. Weil. Guck mal, man kommt ja nicht von oben ran. Nur von der Seite. Und ich sehe die Lösung noch nicht. So, was ich sehe ist... Äh, der auch noch nicht. Oh Mist, jetzt komme ich da nicht mehr durch. Das war natürlich völlig unklever. So. Das ist auch unklever. Wieso ist denn jetzt... Hä? Okay, der fährt da hin. Äh, was? Okay, ich düse da mal rüber. Damit wir hier Keule mal aktivieren. Ne, nicht den. Den. Ne, auch nicht den. Hä? Ich denke aber hier drüben zu aktivieren. Ach ne, das Bild ist ja gedreht. Okay. Ja. Na super. Okay. So, und General Grievous guckt immer noch zu. So, zack. Was? Noch nicht deaktiviert? Aber jetzt. Grievous. So, jetzt kann ich da auch hoffentlich runterstürzen. Wenn der Fahrstuhl... Äh, wenn er weiter oben ist. Jetzt. 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 Bitte, bitte überleben. Ja. Alles klar. So, die hätten wir auch. Das nützt mir doch alles nicht. Also, ich sehe die Lösung immer noch nicht. Ich weiß, ich kann hier rein. Und das Ding kann man sicherlich auch aktivieren. Und zwar so. Sorry, ich sehe die Lösung einfach nicht. Ich sehe sie nicht. So, ich kann da rein, aber ich komme da nicht wieder raus. Das Gleiche gilt doch auch hier, ne? Ich könnte mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ich komme da rein. Aber ich komme da nicht raus, weil ich... Ne? Ich kann ja nicht da drehen, wo ich drin bin. Also, selbst wenn ich vielleicht gerade im... Fliegen wäre. Fliegen begriffen wäre. Ja, selbst das nützt mir nichts. Komme ich auch nicht mehr raus. Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht. Weil diese Dornen hier... Die sind ja immer da. Guck mal, hier auch. Die sind immer da. Wenn ich das jetzt so mache... Man kommt nicht von oben rein. Ich sehe hier so... Das nützt mir auch nichts. Was nützen mir hier denn die beweglichen Fahrstühle? Das nützt mir auch nichts. Ich komme hier nicht rein. Äh doch, ich komme rein, aber nicht mehr raus. Naja, da komme ich nicht mal mehr raus. So. Ehrlich gesagt, möchte ich mir das echt ein bisschen... Bauchschmerzen gerade. Hm. Also, ich kann es noch mal probieren. Also, ich zeige euch einfach nochmal, aber dann... Habe ich doch auch ein Problem. Guck mal, ich komme ja auch nicht. Achso, warte mal. Das geht natürlich jetzt nicht. Wie geht das denn? Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ach, die sind miteinander verbunden. Sehr clever. Also, jetzt bin ich aber immer noch da drin. Aber selbst, wenn ich den drehe... Oh, nee, der fährt bis unten. Das ist ungesund. Okay, ich muss wieder rüberfahren. Hallo? Wo ist mein Fahrstuhl? Nicht der. Auch nicht der. Ja, der. Genau. Alles klar. So, jetzt will ich das nochmal probieren. Wenn da jetzt hier die Öffnung wäre, hier auf Höhe dieses Steins, kommt da keine andere Öffnung hin. Nee. Ich sehe die Lösung nicht. Ich sehe die Lösung nicht. Sorry, Freunde. Ich sehe sie nicht. Weil ich muss diese Feder kommen. Aber was soll's. Ich probiere es jetzt mal. So, jetzt fehlt mir nur noch eine. Da kann jetzt nicht der irgendwie mal der Adler kommen hier, der Rabe. Und mich wieder irgendwie in die Mitte tragen, oder? So, wie soll ich jetzt nach eurer Meinung hier raus? Ja, das geht nicht so. Und wenn ich springe? Nee, seht ihr? Also selbst wenn ich springe, kann ich es nicht drehen. Das würde mich in dem Fall aber auch nicht weiterbringen. So, und die Frage ist halt, wo verletzt er sich wieder, dass er stirbt? Da komme ich nicht hoch. Jede Wette. Da bleibe ich wieder an irgendeinem Pixel hängen. Ihr seht das jetzt schon. Hier ist der höchste Punkt von der schiefen Ebene. Und da reiche ich den gerade mal so, wenn ich hier zielen gehe. Ich will gar nicht so dicht daran. Seht ihr? Also. No way. So, ich kann nochmal ein bisschen probieren. Aber ich sehe die Hilfe einfach nicht. Also. Fährt der links rechts rum? Der fährt auch immer nur hoch und runter, oder nicht? Der fährt hoch. Aber ich komme noch über diesen Zacken nicht drüber. Das nützt nichts. Und der aktiviert sich ja hier über den, wo ich drin bin. Und auch das bringt mir nix. Und das auch nicht. Tja, Freunde. Also, ähm. Das war wieder... ...ein Satz mit X, würde ich sagen. Die 10 Minuten sind auch gleich um. Ich will es damit auch nicht übertreiben. Ich versuche jetzt... Also, einen Sprung mache ich da drauf. Also, in die Richtung. Und dann bin ich sowieso tot. Weil ich sehe die Lösung nicht. Sorry. Ich sehe sie einfach nicht. Attacke, Geronimo. Nein. Das ist doch wohl nicht wahr. Was? Das war ein Vorfühlfeld. Das war nicht so geplant. Hallo? Das ging doch die ganzen letzten Male nicht. Willst du mich verkackeiern? Okay. Na dann. Machen wir doch ein paar Minuten länger. Weil jetzt wollen wir natürlich auch noch die letzte haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, warte mal. Ich muss die da oben erstmal irgendwie... aus dem Weg bekommen. Dazu muss ich nochmal gucken, wer hier wen aktiviert. Alles klar. Weil ich will ja wenigstens... So, warte mal. Der fährt da. Da kann ich ja dann schon mal in Ruhe rauf. Da passiert mir nichts. Okay. Alles klar. Jetzt muss ich ja den mittleren irgendwie aktivieren. Ich muss ja da rüber. Okay. Der nützt mir nix. Genau. Der ist schon besser. Oh, der fährt zweimal hoch. Wie weit fährt der runter? Ah, okay. Da hätte ich jetzt rüber laufen können. Alles klar. Schön vorsichtig. Vorsichtig. Oh, der fährt hoch. Aufpassen. Da musste ganz schnell sein. Mal sehen, wann die wieder zueinander kommen. Gerade nicht. Jetzt vielleicht. Ne. Der fährt nach oben, der nach unten. Die treffen sich in der Mitte. Nein, es reicht nicht. Es reicht wieder nicht. So, aber gleich. Oder ich nehme die beiden Backenzähne da oben auseinander. Dann ist es nicht ganz so dramatisch. Okay, geschafft. Alter Schwede. Und das jetzt hier noch kurz vor dem Ende. Achso. Natürlich. Jetzt haben wir es. Ich glaube. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Gut. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es nicht. Und nicht mal mit Überlänge. So, Freunde. Bitte was? Heldgador ist nun in der Kapitelübersicht freigeschaltet. Jetzt habe ich das nicht gelesen, was da unten stand. Ja, und jetzt? Oh, es geht weiter. Und ich dachte, wir sind durch. Nein, es geht noch weiter. Ist ja der Hammer. So, das haben wir jetzt schon alles durch hier. Hier, hier, hier und hier waren wir schon. So, leuchtet der Lilane jetzt irgendwie extra hell. Kann das sein? Also der hier. Huch. Wannerheimere. Die geht nicht auf. Die geht nicht auf, weil in denen war ich schon überall. Und bei dem? Achso. Wat? Müsspilzhalbere. Ne, ist klar. Das sieht so düster aus. Ich glaube, wir nehmen das beim nächsten Mal. Aber erst beim nächsten Mal. Also, Freunde. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es ja doch geschafft. Vielen Dank dafür. Dann bis zum nächsten Mal. Diesmal sogar rauschfrei. Weil der Tisi weiß jetzt, wie es geht. Bin eben pro. Alles klar. Bis dann. Tschüss.